500 Abonnenten! Es ist mal wieder Zeit für mich vielen Dank zu sagen. Ich freue mich wirklich, dass ich diese magische Rundezahl erreicht habe. Zur Feier des Tages verlose ich einen handsignierten Print. Ursprünglich wollte ich eigentlich den 500. Abonnenten damit belohnen. Das ist aber dumm aus zwei Gründen. Zum Ersten ist das ein bisschen unfair für alle anderen, die bereits Abonnenten sind. Und zum anderen ist der 500. Abonnent Mama. Schreibt mir einfach auf Twitter oder schreibt mir über meine Facebook-Seite, dass ihr teilnehmen möchtet. Und sucht euch ein Bild aus, aus meinen Videos. Ihr könnt wirklich jedes Bild nehmen, außer den Cyanotypes. Oder wisst ihr was? Das Cyanotype nehmen wir mit rein. Das verlose ich auch. Schreibt mir über Facebook, schreibt mir über Twitter. Sagt, dass ihr teilnehmen wollt. Unter allen Einschriften werde ich das Bild verlosen und dann hier auf dem Kanal verkünden. Noch mal herzlichen Dank. Ich freue mich wirklich riesig über jeden Abonnenten, über jedes Kommentar unter meinen Videos, unter allen Zuschriften. Und werde versprechen, dass ich fleißig weitermache. Wal baztiert. Ja, ja. Ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020